1, 4, 5, 3, 2, 1 Es gibt so viele Folgen, wo du am Anfang noch mitredest und dann irgendwann am Ende nicht mehr mal eingeschlafen bist Es fehlt nur noch, dass ich die Ego mal schnarchen höre Weil ich dann meistens im Bett liege und dann penne ich logischerweise irgendwann beim Zuhören ein Ich sitze aber am Rechner Nachher hörst du es immer nur noch so ein derbes Scheppern Ich hatte gar keinen Bock auf Quinn, ich hab die nur genommen... Nein, ist egal Wen hab ich denn überhaupt als Gegner, ADC? Eine Aschi, okay Dann tu ich einfach so, als wäre ich oben Ach, welche Richtung? Ich geh jetzt einfach nach oben und tu so Oh mein Gott, da ist Neihörchen lang gelaufen Die Mitte ist so neu für mich Die sieht so anders aus Ach was, ab und zu bist du auch mal da und spielst ohne mich Wir machen double mit, du supportest mich trotzdem 30 Sekunden bis zum Erscheinungsverfahren Aua Alleiner auf den Sack gekriegt Ich will ja eh auf meine Lane Ich hab... ich weiß wie am Amumu Jungle Weißt du was das für mich heißt? Ne, was denn? Blue Buff? Nein, gibts nicht Achso, bist Morgana oder brauchst keinen Blue Buff? Guck mal, ob du mit Morgana so gut willst spielst wie ich Besser Hahaha Um eine andere Kollegin zu zitieren Stuhl, du stinkst Stuhl, du stinkst Stuhl, du stinkst Ach, schöne Grüße an Pani an dieser Stelle Ja Jetzt kann ich ja aufhören zu stinken, die ist ja gar nicht mehr da, so ne Scheiße Yep Yepbu Hmhm, 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 hmhm Hier ist ein Schlupi Und keiner hilft mir gegen ihn Und der Trash ist zu spät, mit seinen Items die Minion zu hauen. Ach ja. Das hat mich angeleckt. Das würde ich mir ja mal Gedanken drüber machen. Das ist so ungewohnt, um den Supporter zu spielen, der Kai Heal hat. Boah, ich treffe schon wieder die Minions nicht, ich bin zu blöd. Hm. Mein Trash wurde angeschluppt. So, die spielt ja aggressiv hier. Du bist eine Morgana, einfach Schild und dann fertig. So. 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 hat mich angeschlurbt und die laterne ich muss aufklicken es hat den trash angeschlurbt das hat unser mumu gefressen was? schmeckt doch gar nicht kommt er in die Mitte oder was? ne, keine ahnung wo der ist er ist schon länger nicht mehr da vielleicht hat er auch einfach keinen bock mehr oh shit er ist unten wir würden so einen supporter killen es würde mich anschlurpen ja, wo bleibt sie? hm da ist er bei mir noch da ist er nur falls du sie sehen willst nur falls du sie sehen willst der ist lange getroffen aber hat er leider nicht alles gut hat er nicht nur ihr Leben verloren er hat er doch viel Farm verloren so lange wie sie jetzt da unten war hm ist doch so ja die aber auch gerade müssen fahren die aber auch gerade müssen fahren oh mumu ist so pretty oh jetzt steht er gleich an den minions puh kam ein trundl geflogen ja ja ist ja gut bleibt mal locker ja oh da ist er ja ich hab den trundl schon eine zeit lang gesehen der ist hier bei uns man ist auch wieder afk weg wie auch immer ach da ist er wieder gut dass ich drei kekse gekauft habe die brauchte ich jetzt auch 4-2 wenn wir so weitermachen ist alles in Ordnung erstmal leichten vorteile erarbeiten und dann ownen hör auf mich mit deiner Zunge zu belästigen ey nur weil ich ein Mädchen bin weißt du mal wie ist das nein 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 was machen die schon wieder alle hier unten weiss ich nicht ekelhaft nur wenn die die lane verlieren kommen die auch immer alle angeschissen hier ey schön die ist tot die kann auch nichts ne ne die kann wirklich nichts wir packen das auch wieder da gut kann wieder gehen ja ich bin da Bevor er zugeflamed wird. Wie kannst du gegen so ein Borda verlieren? Auf mich anzuschluppen ey. Er ist wieder weg, wir waren gerade kurz da und jetzt ist er wieder weg. Oh scheiße, oh scheiße. Egal. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich komme mit dem Support noch nicht klar. Ich bin nicht eingespielt mit dem. Das wäre jetzt aber für meine zum Beispiel in eine Borda… Was ist das? schön story die scheint nichts zu können oder ja du bist jetzt schon du bist ja schon über sie ist ja schon richtig fett eine ulti hast kannst du gerne wieder runter kommen die mögen auch mal wieder besuch haben es schluckt mich an es schluckt mich an ja vielleicht ist auch nicht schlecht oh schade glaube ich zu spät ja 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 nein alles ist gut er kommt froh seiner sicht der mann am erde ich war nicht so froh sein dass sie wieder einfach zurückgelaufen ja nun war ja schon da locker noch machen die haben ja auch noch andere farm zu klauen willst du echt an meinen tower willst du das wirklich schlägt als sonst als Scheiße. Trundl kommt nach unten. Trundl kommt nach unten? Nee, der geht wieder zu dir. Auf dem Weg nach unten. Jetzt wollte mich schon wieder anschlurpen. Ich bin gar kein Flash mehr. Easy. Ich hab noch Flash. Finde einen Weg. Gut, komm oben. Puh. Haben wir schon mit nur 20? Nee, haben wir noch nicht. Ach, toll. Ach, die Ash hier hat schon KDU fertig. Oh ja, easy. Waila, mein Fuß. Waila, mein Fuß. Schön top. Boah. Jetzt den Tower einreißen, müsste ich es ja locker schaffen. Ja. Das ist auch Whilst. Phew. Wahh. Soll das jetzt auch Schild, du musst die schilden, du musst die schilden Oder wegflaschen, das hilft auch Ich hatte kein Schild mehr Okay Ich bin noch nicht Minute 20 Ich bin so langsam Egal, drag ist unser, der Kampf hat sich gelohnt Beiden Seiten 2 tot ist okay Push schon an meine Lane Ich denke dann, er schießt wieder da Aber wenn ein Pfeil kommt, einfach schild und fertig Endlich ist mein Supporter wieder hier Pass auf, pass auf, der schlurpt Wir gehen besser, wir haben beide so einen komischen Fischgeruch hier Das hätte man nie gefallen Denke auch So, ich gehe mal wieder in meine Mitte Mach das Der Pinkboard steht immer noch beim Dragon Den müssen wir mal kaputt machen Bei Zeiten Schau da Aber die sind Pinkboard überall hier Das steht im normalen Board Es gibt immer einen Weg Ey, was ich an Trundle für ein Damage mache Ach, what the fuck Das ist normal Klar, wenn er nicht auf AP geht Äh, auf AP Äh, auf AD Rüstung meine ich, so Jetzt habe ich es Kann es wirklich sein, dass wir die Promo nicht wieder und wieder versauen von dir? Glaube ich nicht Kann ich mir nicht vorstellen Es ist noch knapp im Moment Aber wir liegen vorne mit mehreren Towern Ich bin gestorben Warum? Weiß ich nicht Haha, zu langsam Da wollte ich anstreben, aber ich bin so schnell rumgeflogen mit meinen Vogelgestalt Mit den mit Homegaz, das war super Ich brauche trotzdem Hilfe und ich kann den Terrorismus nicht halten Nein, die Tower ist weg, wenn keiner kommt Was ist da oben los? Nein, da oben schmeiß ich gerade das Spiel weg Na unten Ich kann ihn nicht nach unten Dann verliere ich mitten in den Tower Halt mal bitte Ich mach das hier schon Oh, ich habe eine Ashe hier gefunden Die ist mir abhanden gekommen Willst du wieder? Wo ist sie hin? Ich habe auch noch einen Frosch hier, die kommen wieder runter Cool, dann machen wir es auch fertig So von oben, wie von unten Oh, ja, bitte Oh, du hast erwischt Na, ein Trampel Scheiße Ich habe bisher nicht auf die Arterne geklickt Du musst irgendwas machen Oh Gott Der war schneller als du, ne? Ja, jo, kommt jetzt und räumt auf Oh, da kommt ein Ding so Oh, shit Was war das denn? Scheiße Endlich Schuhe Das ist die ganze Zeit, es fehlt was Nee, das ist das Wichtigste als Quillenschuh Damit man noch schneller ist Man muss seinen Vorsprung durch Geschwindigkeit auch noch weiter ausbauen Ich mache Dragon Obwohl ich habe noch nichts zum Heilen Das ist scheiße eigentlich Oh, ein Trampel Oh, sie ist nichts Ich nehme dich mal raus rein Ich muss weiter fighten dann auch Die Ash muss doch sterben Oh, Mann Ich glaube, das ist noch eine Ash Die hat zwar kaum Leben, aber Macht einen Dragon, wenn ihr könnt Ah, nee Habt ihr zu wenig Leben für Doch, musst du eigentlich gehen Na gut, wo geht's dich ja wieder So, dann pushen wir mal mit, wa? Ja Zack Ja Ja Ich würde mir nicht mehr passen. Was ist der Wunsch? Der Wunsch? Warabas? Ich habe sie zu spät gesehen. Oh ja, sehr schön, Pushing, Pushing. Auf jeden Fall, wir sind alle 5-4. Eins, was ist mein Tumor? Das war der Meinung. Aha, muss alleine laufen. Ich gehe mal botlane. Wo ist wenigstens, Tyri? Aber natürlich. Oh, scheiße, Ash, auf deinen scheiß mehr Farmen. Ich habe viel mehr Kills als du. 3.000 Euro Gold, die müssen jetzt mal ausgegeben werden. Wie wird das Party? Ich komme auch angedüst. Ich bin da. Ich zeig mich einfach, wie du schon abziehst. Guck mal. Wir sind nur zu dritt, weißt du? Die sind zu 5 und hauen ab. Erstoß an den Kügelchen vergessen. Boah, die eine war beinahe abgehauen. Wieso Ash, das ist doch nicht Ash, das ist doch... Crash, habe ich gesagt. Achso. Wann haben wir denn in die Liga bekommen? Achso, haben wir ja bestimmt. Oh, habe ich den nächsten getroffen. Auch nicht schlecht. Tschüssi. Und, bin wir da. Wir versauen nicht in den Promo. Was ist denn heute los mit uns? Ich habe 20. Ach, scheiße, 20 ist auch schon vorbei. Oh, der Dings habe ich wieder... ...invisiert. Tschüss. Tschüss. Haut lieber Abstory. Bleib mal auf dem Weg. Okay. Doch, lose your feed. Das Kinkers gefunden. Ich habe einen Duber gefunden. Warte mal, warte mal. Mein Blubu? Du warst zu langsam. Du wolltest ja auch nicht da vorne bleiben. Ah, da sind sie. Da. Ich komme wieder hochgeflogen. Bin da. Mal hier eine. Zack. Ich gehe in Richtung Dragon. Ich gehe in Richtung Dragon. Dragon. Ich komme. Ist ja schon Level 16. In Dragon dürfte ich 15 werden. Quint, for the win. Das ist doch der Name ja schon. Da war ein Pink. Oder irgendwas anderes, ja wurscht. Ah, Jaron. Ja. Oh, da oben warten zwei auf mich. Ich geh mal wieder. Ich bin auch dran. Ah, Quint zu schnell für dich, ja? Oh, ich bin grad auflegen in der gekommen. Tut mir jetzt irgendwie leid. Das wollte ich gar nicht. Oder war es am Boden? Ich muss leider. Ja, schön pushen. Pushen, sowas würden wir nie tun. Ich muss jetzt top gehen. Ich finde es überall. Uuuuh. Zu langsam. Wir laufen schon wieder normale Minions zu lang. Was ist mit normalen Minions? Wir laufen schon wieder normale Minions lang. Wir haben doch die Indie kaputt gemacht. Ach so, jetzt ist es okay. Kommt gleich wieder große, keine Sorge. Alles ist gut. Ich pushe einfach alle Lanes. Ja, einer sollte top gehen. Mach du gerade erst. Ich glaub ich krieg Besuch, oder? Naja, die wollen alle top. Ja, lass doch top gehen, wir sind alle Mitte. Oh, shit, ich krieg Besuch. Oh, ein Trundl. Hilfe, 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 Hilfe. Läuft. Oh, scheiße, hab die Ulti abgekriegt. Hat Gavin mich gemuted? Nix mehr sagen konnte. Ich konnte meine Dings nämlich nicht drücken. So, hau ab da oben, dann ist alles gut. Die machen Baron. Ich kann's im Wort irgendwo bei Baron hinstellen? Ja. Oh, die sind schon verdammt weit, sonst bin ich nicht da. Hier weg, die weg schaffst du nicht. Lass die doch Baron haben, was wollen sie machen. Ich brauche einen RIP-Buff. Danach kämpfe ich hier mit. Ich brauche einen RIP-Buff. Danach kämpfe ich hier mit. Hi. 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 Oh, ich muss da raus. Wow, 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 wow. Oh ja, es ist auch gut. Oh ja. Wow, 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 wow. Ich ignoriere den einfach. Ja, und jetzt auch. Jetzt bringen wir den eben um. Ich bin nicht mit auf dem Film. Herzlichen Glückwunsch, du bist in Bronze. Was jetzt? Vier? Drei? Drei? Drei. Jetzt. Was? Zwei? Drei. Herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.